Hast du ihn? Ja, hab ihn. Das fült man nicht mehr Pau, 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 pau. Piu, pau, pau. In den Kopf. Eeeh, piu, piu, piu. Mit deinem Western-Held, oder? Ja. Mit Nachtsichtsgerät. Huiiii. Dergrunterrollen, Huiiii. Wo ist noch ein Pfeil? Jo? Ja? Der mit dem... Der arme Stier Wie viel da hast du? Wie viel da Pfeile? Ich hab S3 Braucht man wirklich für jeden Pfeil einen Ausrüstungsplatz? Ja Sollst du so einen Köcher einbauen, ey? Ja, echt mal Oh, oh, oh Ich hab geschossen Wann weiß der Der mag nicht Der Fall hat sich einfach Da hätte er sich hingelegt Ich hab im Schlafen Sollen wir jetzt weiterfahren? War einer schon ganz oben? Ja, ich war schon ganz oben, da ist nix Hm Ach, das Auto Der Fahrer, oder? Oder will jetzt jemand anders fahren? Ist das Auto denn hierhin gekommen? Stimmt War es nicht irgendwo anders? Ja, ich hab's hier hochgefahren Achso, okay Geh weg, Zombie Ey Ey Schade Also, wo lang geht's? Proordinator Warte, ich guck ganz kurz Wir müssten jetzt, glaub ich nach Links Ne Fahr mal einfach geradeaus Einfach geradeaus durch Dann kommen wir wieder auf die Hauptstraße Geradeaus durch? Ja, hier ist die Hauptstraße Ne Das ist nur ein kleiner Weg Fahr einfach geradeaus durch Dann sind wir gleich die Hauptstraße Durch den Wald Wir sind jetzt auf der Hauptstraße Ne Das ist nur ein kleiner Weg Aber fahr mal geradeaus einfach Äh Einfach mal quer durch Einfach den Strommasten folgen Einfach den Strommasten folgen Einfach den Strommasten folgen Die Hauptstraße Ne Geh nochmal nochmal auf die Seite nach vorne Dann Jetzt sind wir auf dem kleinen Feldweg Also Jetzt nochmal ein bisschen fragen Dann sind wir auf der Hauptstraße Müsst du jetzt da vorne gleich kommen Da genau da Okay Da ist die auch Da ist die auch Ja, das sieht schon eher nach einer Straße aus Links, ne? Ja Das wäre jetzt geil, wenn wir irgendeinen anderen Spieler sehen würden Und den einfach mal fahren würden Ja Klingt ja auf der Motorhaube Ah, fast Hier sind wir schon mal alle gestorben außer ich Ja Ja Ich bin schon zweimal gestorben jetzt Loll Sag mal hat der Fahrer gesoffen Ja Nicht Nicht Schuldig Der braucht mir Benzin oder so Ehhh Die Hälfte ist schon leer, ja Klingt da unten fest die Töne gefahren Ach Oh, kurz anhalten oder weiterfahren? Weiterfahren, komm. Was soll es? User joint or channel. Ja, einfach weiter. Wer ist denn dazu gekommen? Keiner? No, keiner. Wir müssen berichten, ähm, Nori-Norizobo oder so. Oh, wieso war? Okay, das heißt, ich bin immer der. User left or channel. Oh, bei mir fährst du gerade durch die Wand. Leck. Ich bin gerade voll Standbild. Jetzt fahren wir gerade nach links weg. Ja, bei mir auch. Jetzt wieder am Anfang. Boah, das war ein krasser Leck. Ja, gib dir da, ist okay. Sollen wir zur Küche gehen, oder? Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. 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 User joint or channel. Oh, wie sauber. Oh, wie sauber. Oh, wie sauber. Lass mal Kirche gucken. Kirche? Ja, es ist bei mir jetzt, wir sind im Auto drin, da ist dann noch nichts gespawnt. Ja, noch. Hör'n wir uns doch auf. Ein paar gehen die Lagerhäuser da hinten durchsuchen und ein paar gehen die Kirche durchsuchen. Ja, machen wir das so. Wer wohin? Ich geh Kirche. Lagerhaus. 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 Dann geh ich auf Kirche. User left your channel. User joint your channel. User left your channel. Was los hier? User joint your channel. Hallo, was ist das denn? Ausrasten, FDW. Also hier ist nur nichts gelootet. Ah, jetzt. War der an Fremd oder so? Hier ist ein Crowbar. Ja, die können wir nicht so gut gebrauchen. Crowbar, was ist denn wo? Ja, toll. Ah, hier? Können wir schon mal irgendwas mitnehmen zum... Kassetten und Revolver-Magazin. Irgendjemand irgendwas gescheites? Irgendeine Waffe? Ja, hier habt M1911-Magazine. Ja, Magazine. Axtai. Hat irgendeiner von euch ne Makarot? User left your channel. User joint your channel. Alter, was los? Bam. Ich wollte alle mal ein bisschen auf YouTube sein. Boah, warte mal. Ja. So, scheinbar ist der jetzt weg. Keine Ahnung, was los ist. Weil der Bisch... Ne. Okay, ich danke dir. Oh, 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 ganz viele. Geh weg, ich kann nur... Ich greife gerade auf mein Ding zu. Was ist das denn? Oh, den habe ich noch getroffen. Äh, ich kann da jetzt irgendwie... Da liegt ne Axt. Alter, was geht mit den Zombies, Leute? Ja, auf dem Server ist das echt krass. Was habt ihr da eingestellt? Eigentlich ganz normal, regular. Vielleicht ist das zu viel. Ich bin doch nur Recruit gewöhnt. Immer Headshot setzen. Wo ist mein Pfeil? War das irgendwie auch weg? Da liegt auf jeden Fall nur eine Axt bei dem Zombie da vorne. Die habe ich schon aufgehoben. Na gut. Ich bin dafür, dass wir uns mal zurückziehen. Mal? Alter, was ist hier los? Es ist aber gleich noch alle gewesen sein. Ja, dürfte das ganze Dorf gewesen sein. Ein Einwohner. In der Küche. Okay, ich bin dann da. In einer Ecke. Sollen wir jetzt rausgehen? Wir sind alle tot eigentlich. Ich muss kurz den Mund holen. Ja, siehst du schon wieder. Ja, lass rausgehen. Haben die irgendwas Gutes? Ja, bestimmt nur essen und trinken und sowas. Ja, hat irgendeine Armbrust. Ja, kommt da nicht. Der Kratenbrust. Hier, 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 ein Kollege hat hier ein Steelboat fallen lassen. Ja, welcher von denen? Nur 1000. Ich gebe ihn dir gleich, keine Sorgen. Ich gebe ihn dir im Auto, okay? Ja, okay. Hier ist noch was zu essen. Ganz viel Trinken gefunden. Nimm mal mit. Wie gesagt, wir können auch hier ein bisschen booten ins Auto. Ich bin voll. Ja, wir haben hier das Auto. Bugsacke auch. Oh, jetzt liegen so viele rum. Das ist ja richtig krank schon. Oh, richtig. Sieht ungesund aus irgendwie. Ich habe nur 116. Hier ist ein Zombie. Wir werden gar keine Zombie kissen. Ja, ich habe gerade mal in einer kleinen Stadt. Hier ist was zu essen. Wir sind was zu essen. Bam. So, auf geht's jetzt. Rein. Achso, Zombie. Jetzt rein hier. Bin ich warm. So, ich packe jetzt die Sachen in Kier. Braver. Fahr da ausfahren? Jo. Moment. Einfach fahren. Einfach fahren. Ich gucke wieder auf meine App. Wir sind in Novi. Ja, wenn wir einen großen Lollipop sehen, dann sind wir Starry Zubo. Ja, da ist es. Das ist. Jetzt gibt es noch Starry Zubo. Ja, da kommt das Starry Zubo. In der roten Lagerhalle stehen drei Busse und ein paar Zelte. Da habe ich dann hingemacht. Ja, ich bin dafür, dass wir eh erst mal alle gemeinsam die Militärzeile zu gemeinsam benutzen. Ja, genau, wollte ich mal sagen. Da sind wir eine Militärzeile. Da sind wir eine Militärzeile. Was? In den roten Haus gingen, glaube ich, zwei A5-Ziereser. Was für Dinger? A5. Was ist das? Sie spawnen nur bei Heli-Crash-Site. Ja. Der ist A5. Der kann alles. Nein, ich habe die mal gefunden beim Helikopter. Ah, okay. Ich dachte, du lagerst die da alle. Ja, ich habe die ganze Menge. Ja, klasse. Werden die Sachen eigentlich nicht despawned oder so? Keine Ahnung. Wenn du die in ein Zelter sonstiges packst und das Zelt saves, die drin bleibt wieder. Ja, fahr mal raus. Ich guck mal, wo ich reinfahren kann. Ja, hier. Hier. Ja, das ist ein Zaun. Ja, doch mal geradeaus, oder? Dann rechts rein. Lass doch einfach hier aussteigen und laufen. Also. Wohin? Kommt drauf an, oder? Wir packen das Ganze. Zeig dann ein. Ich sag mal so, A5 ist wirklich nur ganz gut für, äh, gegen andere Spieler. Geht mal vor, ich park das Auto. Hi. Hallo. Ja. Wer ist denn da? Ach, dir so. Wir spielen gerade DZ zusammen. Ach so. Wer ist denn da? Da ist ein Lecki. Okay. Oh mein Gott, das ist zweitlich! Fuck. Was ist das? Oh mein Gott. Ich glaube, die kann auch alle weg. Wo fährst du mit dem Auto hin? Also, wo sind die A50? Hier waren wir ganz die Prennen, die sind alle weg. Wo fährst du mit dem Auto hin? Alle auf den Coldtrain, Baby. Hatte nicht einer eine Lee-Enfield? Ja, ich hatte einen. Ja, hattes. Ja, dann nehme ich nicht mit. Ja, sie haben sie auch noch. Ja, klar, aber ich brauche keine Momotivation, damit ich stehe eh nie. Schau dir doch was anderes. Ja. Aber, äh, ich darf dich herzlich begrüßen auf YouTube. Ha. You've got Prank. Nee. Nein, watsch. Oh, du warst das gemein. Wo willst du nicht hin müssen? Auf YouTube. Wo das? Hä? Wo das? Wo das? Ähm, wieso? Weil ich gerade aufnehme. Oh, lol. Er hat ein Zombie vor mir. Der hat Auto reingefahren. Alle, hier spawnt ja ein Scheißdreck. Ich war los. Das war ein Zombie.